Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem Quickie High Intensity Intervall Training mit mir, Phyllis aus Frankfurt. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Wichtig zu wissen ist vorher noch, wir haben Warm-Up, das läuft am Stück und Cooldown, das läuft auch am Stück und dazwischen Intervalle. Heißt, du gibst Gas während des Intervalls und dann hast du immer eine kurze Pause. Es sind drei Runden und acht Übungen. Dann würde ich sagen, legen wir los mit Warm-Up. Du kannst entweder marschieren oder kommst mit mir in den Puls. Ganz easy, ganz locker. Wie gesagt, Warm-Up läuft am Stück. Und dann zieh deine Schultern ran und lass sie zurückkreisen. Option ist hier. Und ein bisschen größer, wenn du kannst, wenn du willst. Sehr schön. Groß. Und dann bringst du die Arme lang nach vorne. Push. Zieh die Schulterblätter hinten schön zusammen. Vier. Drei. Zwei. Schieb jetzt in die Seiten. Schau mal. Aha. Was war die Option? Marschieren. Sehr gut. Und jetzt gehen die Arme nach oben. Schau mal. Entweder Leg Curls hier oder mit Hop. Schön lang die Arme. Ferse geht zum Po. Auf, auf. Sehr gut, sehr gut. Komm. Push. Hoch. Vier. Drei. Zwei. Und wir pendeln mit den Beinen. Option hier. Du musst nicht springen. Die ganze Stunde über hast du Optionen. Push, push, push. Was wir in die Seite können, das können wir auch nach vorne. Push. Hier. Oder tap, tap. Ja. Was wir nach vorne können und in die Seite. Das geht auch nach hinten. Push, push nach hinten. Oder tap, tap. Ja. Und wir twisten. Option hier. Lang drehen. Okay. Okay. Arme gehen mit. Okay. Erste Übung. Schau zu. Du rennst in die Seite und dann machst du einen Squat. Option. Höher rennen und so einen kleinen Hopp in den Squat bringen. Okay. Okay. In fünf. In vier. Drei. Los geht's. Wenn du sagst, ich habe keinen Platz zu Hause. Ich habe ein kleines Zimmer. Dann rennst du auf der Stelle. Tief hoch. Rennen. Tief hoch. Okay. Okay. Yes. Komm, 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 komm. Mehr, 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 mehr. Noch 18. 17. 10. Noch 12. 11. Gib alles im Intervall. Dafür hast du noch eine Pause. 7. 5. 3. 2. Und vorbei. Sehr schön. In den Pausen immer in Bewegung bleiben. Übung 2. Schau mal her. Ich zeige es extra von der Seite. Du gehst vor, vor, rück, rück. Oder vor, rück. Unten bleiben. Los geht's. Egal wo, ob du Schritt machst oder hopp. Lass die Oberschenkel brennen. Yes. Komm. Wenn du noch mehr willst. Geh tiefer. Mach so einen richtig schönen Gargoyle-Hop. Ei, ei, ei. Meine Beine brennen. Aber nicht das machen. Nein. Der gehört nach unten. Egal wo du es machst. Ja. Noch 10. 9. 8. 7. Du kannst auch das hier machen. 1. 6. 5. 4. 3. Und vorbei. Sehr schön. Okay. Die nächste Übung ist ein bisschen Platz. Lunch. Kick. Lunch. Enger Squat. Lunch. Kick. Lunch. Wenn du willst, hopp. Los geht's. Kick. Und dann hopp. Nur wenn du willst, hoppt. Und dann hopp. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Komm. Yes. 20 Sekunden. Noch 15. 10. 5. 3. 2. Und vorbei. Sehr gut. Das war deine allererste Runde. Ja. Bleib mit Bewegung. Noch 5 Sekunden. Wir beginnen wieder mit der ersten Übung. Running Squat. Los geht's. 1. 2. Jeder Intervall ist 45 Sekunden lang. Und dann hast du 15 Sekunden Pause. Mach es so schnell wie du kannst. Bring Power rein. 20 Sekunden fast vorbei. 15. Bleib mit Bewegung. 10. 7. 6. 3. 2. Und vorbei. 15 Sekunden Pause. Ernst du dich an Übung 2? Gargoyle. Walk. Oder hopp. Ja? Egal wo. Mit Power. Los geht's. Das sind 3x3 Übungen. Sehr schön. Sehr schön. Du hast das. Es ist nicht wichtig, dass du alles schaffst. Mach es in deinem Tempo. Wenn du sagst, ich brauche hier einen Moment, mach das. 15 Sekunden. 12. Autsch. Siehst du? Manchmal brauche ich auch die Option. 5. 4. 3. 2. Und vorbei. Ist es nicht schlimm, wenn du nicht jeden Tag der oder die Beste sein kannst? Aber immer dein Bestes zu geben. Das ist wichtig. Lunch. Kick. Lunch. Enger Squat. Los geht's. In der Mitte, wenn du willst. Nur wenn du willst. Hopp. Hinten. Vorne. Hinten. Mitte. Sehr schön. Runde 2. Komplett. Zurück zur ersten Übung. Running Squat. Bereit? Los geht's. Komm, 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 komm. Du schaffst das. Markiere uns mit dem Hashtag Motivated by Fitness First, wenn du dieses Workout mitgemacht hast. Damit ich weiß, dass ich nicht alleine war. Noch 13 Sekunden. 10. Atme. Und gib dein Bestes. Und stopp. Übung 2. Übung 2. Gargoy. Das ist meine persönliche Hassübung. Deswegen habe ich sie hier reingepackt. Denn einfach kann jeder. Das ist das Schwierige, was uns weiterbringt. Los geht's. 45 Sekunden. 45 Sekunden. Mehr ist es nicht. Heißt nicht 45 Sekunden nonstop arbeiten. Heißt 45 Sekunden das raushauen, was in dir steckt. Manchmal muss man seine Energie aus seinen Reserven ziehen. Und das schaffst du mit Willenskraft. Du musst es wollen. Ohne Wille wirst du nicht weit kommen. Dann wirst du jedes Mal, wenn es schwer wird, sagen, oh, ist nicht meins. Drei. Zwei. Vorbei. Oh, meine Beine brechen. Lunge. Kick. Lunge. Squat. Wechsel das Bein. Okay? Bist du bereit für die letzte Übung in diesem Pack? In drei. Zwei. Los geht's. Mitte. Und dann wechselst du das Bein. Kick. Mitte. Wer will? Immer noch Hopp. Sehr schön. Sehr schön. 20 Sekunden. Vollgas. Letzte Übung. Komm. Fünf, zehn. Gib alles. Und dann darfst du dich von diesen Übungen verabschieden. Sag dir selber, ich schaffe das. Ich schaffe das. Das sind die letzten vier. Drei. Zwei. Und vorbei. Sehr gut. Okay. Schau mal die nächste Übung. Du krabbelst vor. High Plank. Und dann ein Knie. Ein Knie. Komm zurück. Hoch. Los geht's. Ich gebe dir noch eine Option. Knie. Knie. Zurück. Hoch. Schau mal. Hopp. Hopp. Nur wer will. Cause life goes on and on. Das Leben wartet auf niemanden. Du musst deine Zeit nutzen. Yes. Halte durch. Wollt ihr nochmal die Option sehen? Knie. Knie. Ja. Letzten fünf. Vier. Drei. Und vorbei. Okay. Die nächste Übung. Bleibt unten. Wo du läufst. Mit einem Push-Up. Entweder hier. Push-Up. Auf. Push-Up. Eng. Los geht's. Wer mehr will. Kommt auf die Beine. Wenn du auf einer Seite angekommen bist. Dann wechselst du einfach. Sehr schön. 20 Sekunden. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Sehr schön. 5, 10. Noch 10. 5, 5, 3, 2, 3, 2, und ich bin vorbei. Okay. Witz nach hinten schieben. So, wir starten am besten oben, damit du besser feststellen kannst, ob dein Kreislauf so weit ist. Entweder schiebst du rüber. Entweder schiebst du rüber, gehst tief zurück oder step oder hopp. Los geht's. Schau mal. Hopp. Groß. Aus. Yes. 5, 10 10 Option ist hier natürlich nach hinten laufen Okay Und stopp Sehr schön Kurze Pause Wie lange geht die Pause? 15 Sekunden High Plank Und dann hoch Hier Oder hopp Entweder hier Du kannst auch das machen Atme Ohne Sauerstoff Machen deine Muskeln nichts Halt durch Letzten 4 3 Und vorbei Sehr schön Liegestütz Gelaufen Rüber Eng Heißt ein Trizeps Und ein Weiter Los geht's Kannst du auch auf den Knien machen Schau mal Auf Tief hoch Eng Tief hoch Auf Auf Okay Atme 10 Sekunden 10 Sekunden Die schaffen wir Egal wie langsam du gehst Solange du vorwärts gehst Stopp Komm hoch Rüber Nach hinten ran Rüber Option Schieb Step Step Oder Los geht's Jetzt Letzten Leide mit mir Letzten 12 11 10 9 7 Kämpfen Kämpfen 3 2 2 Vorbei Eine letzte Runde Bist du bereit dafür? Hoch Tief Knee Knee Hoch Tief Entweder hopst du das Knee Oder letztes Los geht's Sehr schön 15 Sekunden Kämpfe Shake Shake Bude 4 Und Stopp Liegestütz Walk In 8 5 3 Los geht's Sehr schön Sehr schön Letzte Runde Variieren ist kein Verbot Zeig deinem Körper Dass du ihn fertig machen willst Egal auf welcher Ebene 20 Sekunden 5 10 10 8 5 3 2 Fertig Letztes Mal Hopp rüber Hinten vor Option Slide Walk Ok Ok los geht's Don't fight it Yes Komm 30 Sekunden Rüber Push Push Auch wenn du es hier machst Ok Letzten 20 Sekunden Noch 15 Noch 15 12 8 5 3 Vorbei Vorbei Yes Letzten 2 Übungen 3 Runden Ok Russian Twist Hoch und tief Entweder hier Oder tiefer Los geht's Option Heb die Beine Ich zeig nochmal die Option Nur so tief wie du kannst Ja Push Push Komm, komm, komm Schneller Bauchnabel Drin Das sind deine letzten 2 Übungen 3 Runden Komm Jetzt kein Feigling sein Hau raus, was noch in dir steckt Das soll ein Quickie sein Schnell Hart Spaß Stopp Ok nächste Übung Klappmesser Entweder hier Oder Schau Ein Bein Du musst nicht mal ganz hoch kommen Wenn du das machst Das ist auch in Ordnung Los geht's Untere Rücken Fest in die Matte pressen Bauchnabel drückt nach innen Sehr schön Atme aus Nach oben Das gibt dir Kraft Das gibt dir Energie Was willst du jetzt mehr als Energie 10 Sekunden 5 4 3 Und warte oben 15 Sekunden Pause Russian Twist Hintern und vor Option ist immer noch hier Mach es so klein wie du es willst Das ist dein Workout Nicht meins Okay Ich habe die Liegestützen auch auf den Knien gemacht Ich habe die letzte Woche so viel gemacht dass meine Arme brennen ohne was zu machen Von daher Finde dein Trainingsniveau Bauch geht immer Push, push, push Yes, komm 25 Sekunden 20 Das ist die zweite Runde Komm Diese Übung machst du nur noch einmal danach 10 Sekunden 8 7 3 2 Und bleib unten 15 Sekunden Pause Heißt Die Russian Twist Übung hast du noch einmal 45 Minuten Das war's Okay Klappmesser Noch zweimal 45 Minuten Egal wo du es machst Bauchnabel nach innen Okay, los geht Denk an die Option hier Okay Option Wenn du die Mitte suchst Winkel die Beine ein bisschen an Und mach es hier Okay Es gibt so viele Optionen Nimm die, die dich voranbringt Kleiner Tipp Manchmal Hilft es Eine Option weiter zurück zu gehen Um mehr Wiederholungen In den Kasten zu kriegen Und dann Adaptiert der Muskel Der lernt Und beim nächsten Mal Schaffst du vielleicht hier ein paar mehr Let's start Einmal noch Ready In 5 Und dann kannst du in der Zwischenzeit tanzen Los geht's Tief, tief, tief Hoch, hoch, hoch Nicht die Luft anhalten Ich weiß, es ist verlockend Hier zu sagen Mach das nicht Abgesehen davon, dass es blöd aussieht Und sich blöd anhört Hilft es dir nicht weiter Du schaffst vielleicht 1, 2 Wiederholungen Und dann ist die Luft im wahrsten Sinne des Wortes raus Und du bist platt Und es dauert, bis du Noch mal wieder ansetzen kannst Okay Das heißt, du verlierst ein paar Übungen Du machst keinen Fortschritt dadurch Und atme laut Öffne den Mund Komm 10 9 8 7 6 5 4 3 Und vorbei Yes Ein letztes Mal Kloppmesser Dann bist du im Cooldown Deal or no deal Ja, natürlich deal Okay, zieh Den Bauchnabel nach innen Drück deinen Rücken fest in die Matte Hier darf keine Ameise durchpassen, okay Nicht, dass du Ameisen zu Hause hättest Aber los geht's Und jetzt tu mir den Gefallen Das ist die letzte Übung Das letzte Mal Schalt dein Hirn aus Lass die Zeit, die Kontrolle übernehmen Mach einfach, als wärst du eine Maschine Keine Gefühle Keine Gedanken Außer die Gedanken lenken dich ab vom Schmerz 15 Sekunden Ich sag's dir schon, wenn's vorbei ist Einfach jetzt Ohne drüber nachzudenken Weitermachen 8 Du hast das Du schaffst das Du bist stark 4 3 Und vorbei Yes Sehr schön Okay Cool down Komm auf deine Knie Dann zieh ein Bein nach vorne Schieb dein Becken tief Setz hinten den Fuß ab Atme ein Und atme Dahin aus, wo dein Bein steht Sehr schön Und öffnen nach hinten Heartbreakers Und langsam wechseln Anderes Bein kommt vor Setz den Fuß hinten ab Fußrücken Dann schiebst du dein Becken schön rein Bis du es hier hinten Hier fühlst Ja Oberkörper aufrecht Entgegengesetzter Arm Atme aus Zieh in die Seite Ich hoffe ihr hattet Spaß Mit kein Spaß Es soll immer eine Mischung sein Workout Wenn es effektiv ist Macht es nie nur Spaß Außer du hast gelernt Dieses Brennen Dieses Gefühl vom Körper Ich will nicht mehr Dein du das liest Dann hast du Spaß Und auch hier lösen So Setz dich ganz gemütlich hin Rechter Arm Tief Und in die Seite ziehen Und ein bisschen Druck nachgeben Schulter Weg von deinem Ohr Brust raus Stolze Haltung Und öffne nach oben Setz deine Hand Auf dasselbe Schulterblatt Nicht in die Seite raus Nicht das Roll dich nicht weg Öffne Wenn du nicht ans Schulterblatt kommst Ist das nicht schlimm Und löst Andere Arm Schulter stretch Tief Und dann in die Seite Ja Schulter tief ziehen Lös den Arm Atme ein Atme aus Setz deine Hand Richtung Schulterblatt Oder auf dein Schulterblatt Je nachdem wie es dein Bewegungsradius zuletzt Nicht das machen Nicht die Ohren Und die Schulter zusammenziehen Schultern tief Und gerade Langer Nacken Und löst Setz die Hände auf Schieb den Popo nach oben Streck die Beine Ist dir das zu viel Stütz dich ab Und beug die Beine Und dann krabbel ganz langsam Über die Beine hoch Atme nochmal ganz tief Nach oben ein Und aus Wenn du dazu neigst Kreislaufprobleme zu haben Dann lauf hier kleine Ein letztes Mal Ganz tief ein Schließ die Hände Schieb sie langsam Vor die Brust Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen Eure Phyllis